Juhu! Es gibt endlich wieder Nachschub bei Bilou. Ein paar Fans haben schon die neue Sorte in den Drogerien entdeckt. Sie heißt Yummy Lemon und soll nach prickelnder Zitronenlimonade riechen. Bisher gab es nur einen Cremeschaum mit Zitronengeschmack. Das war die Sorte Frosty Lemon. Ob Yummy Lemon anders riecht? Gewusst? Bibi plant eine riesengroße Bilou-Überraschung und wir können uns jetzt schon denken, was es ist. Mehr dazu erfährst du im Link in der Infobox. Du willst alles über Bilou als erstes erfahren? Dann adde uns auf WhatsApp und wir versorgen dich kostenlos mit spannenden News. Wie das geht erfährst du ebenfalls im Link in der Infobox.